ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Piu! Das ist schon irgendwie cool. Epona ist, glaube ich, schon ziemlich meine Lieblings-Waffe im Spiel. Ich finde das sehr komisch, dass Epona eine Waffe ist. Aber es ist die beste Waffe im Spiel. Oh, der ging leider ein bisschen daneben. Oh, da schießt schon wieder irgendwie. Da schießen schon wieder so nervige Pflanzenmäuler durch die Gegend. Das muss ich ausfällig machen und erst machen wir sie hier fertig. Das sieht jetzt vielleicht nicht besonders episch aus, aber es funktioniert halt einfach supergut, wenn man das so macht. Deswegen mach ich das jetzt auch. Ah! Okay, weiter geht's. Dankeschön! Das sind Schweres-Plates. Okay, jetzt schnappen wir uns mal die eigentlichen Ziele, bevor wieder irgendwas Schreckliches passiert. Hilfe! 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 Was ist das? Beste! So! Weiter geht's! Muss ich irgendwas bewachen? Ja, in unserem Hauptquartier ist gerade ein Held vorgedrungen. Ich glaube, da sollte ich schnell intervenieren. Aber dann geht's gleich wieder weiter. Unser Eroberungsraubzug. Witzig ist halt, dass Epona super langsam ist. Eine sehr lahmarschige Waffe, quasi. Was echt lustig ist. Ich glaube, Linken-Geräusche, wenn er im Sprinkflöde ist. Aber gut! Also nix! Dafür hat Epona andere Qualitäten. Ist halt eher so ein superschweres Schlachtroß, das überhaupt nicht gepanzert ist. Aber trotzdem. Oh! 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 Sollten wir noch kaputt hauen? Besiege den feindlichen Feldmarschall. Okay. Können wir jetzt die Mission quasi schon beenden? Warte mal, brauchen wir A-Rang in der Mission? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Dann sollte ich mindestens 1200 Gegner besiegen. Wobei das nicht mal in jeder Mission reicht, aber oft. Ich möchte sogar behaupten, meistens. Das heißt, ich werde noch ein paar Festungen auslernen. Ich gehe jetzt mal dahin, wo diese blöden Blumen die ganze Zeit ihre Artillerie-Beschießung hier durchführen. Die Nerven. So. Hauptquartier sicher, oder? Passt alles. Mit dem Paar werden die auch noch fertig, glaube ich. Dann gehe ich jetzt... Ach, die sind ganz am anderen Ende. Ist egal. Die hole ich mir jetzt. Au! Die nerven nämlich. Und wie die nerven. Rein, dir wieder Wind in Phona. Ich komme, den holen wir uns noch später. Aber jetzt erst mal die nerven Blumen bekam. Ey, jetzt hau doch ab, Mensch! So. Die Basis erobern wir schnell. Dann müssen wir aber noch schnell zu einer anderen hoch. Und dann haben wir, glaube ich, alle. Oh, Gott! Die sind so hardcore nervig. Bitte, hört doch auf mit dem Scheiß. Oh, Mann, ey. Was denn wird unser Hauptquartier schon wieder belagert? Nee, eigentlich nur von Minions, glaube ich. Okay. Da ist der Übeltäter. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Ich hätte ja insgeheim so ein bisschen gehofft, dass in der Nintendo Direct jetzt irgendwie gesagt wird, und dieses Spiel ist ab jetzt sofort verfügbar. Und dann hätte ich das noch gespielt, gleich heute im Stream. Das hätte schön gepasst. Aber so war es dann nicht. Ich meine, eins, dieses Exit the Gungeon kommt ja dann heute noch. Oder gibt es jetzt vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt nicht mein Spiel. Ich habe Enter the Gungeon sogar gespielt. Aber ich bin eigentlich kein so ein Bullet-Hell-Storm-Spieler. Obwohl ich so spiele eigentlich... Ich meine, Ikaruga zum Beispiel. Habe ich gesuchtet wie blöd. Aber... Das Genre an sich gefällt mir nicht. Es gibt eher so einzelne Ableger dieses Genres, die mir dann doch irgendwie gefallen. Aber so insgesamt bin ich jetzt niemand, der sagt, oh, Bullet-Hell, yeah. Das holen wir uns. Und deswegen ist Exit the Gungeon leider nichts für mich. Ich glaube, jetzt muss ich doch noch mal kurz zu unserem Hauptquartier. Und dann gehen wir in die große Gegenoffensive und erobern das feindliche Hauptquartier. Und dann dürfen wir wahrscheinlich Aram haben. Jetzt hoffe ich mal. Tü-tü-tü-tü-tü. So, achso, ich hätte sogar die passende Fee hier eigentlich, ne? Ob jetzt das irgendwie... der Festungskommandant siegt. Aber die Festung... hält nicht. Egal. Auf zum eigentlichen Ziel. Fia! Jetzt können wir uns rächen an ihr. Dafür, dass sie in der letzten bisschen so schlecht war. Äh, Kryon! Dankeschön fürs Follow-on. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo! So, hier, das hast du davon nicht mal. Unsere Basis kannst du fünf Minuten verteidigen. Und Verschämtheit. Jetzt kriegt sie alles zurück. Die Epona-Tree kommt nicht durch. Ich kann sie nicht mehr halten. Oh Gott. Was denn eigentlich... Ach, da ist sie. Okay, gut. Ich glaube, Fia hat Epona wirklich wütend gemacht. So habe ich sie noch nie erlebt. Hahaha. So kenne ich die gar nicht. Oh oh. Gegen Kombo. Nicht, dass die uns noch schnell zu viel Schaden zufügt. Und wir dann doch keinen Arang kriegen. Das war böse. So. Dankeschön. Da freut er sich. Der Gerahim. Ja, Arang. Perfekt. Puh. Auf Dauer nervt Epona's Fuggetrammler ein wenig. Das ist ähnlich wie der Herzchen-Sound wahrscheinlich. So. Und jetzt haben wir die weirdeste Waffe im ganzen Spiel. Die werden wir in der nächsten Mission, wenn möglich, auch gleich benutzen. Die große Fee nämlich. Die große Fee wird hier als Waffe für Link gelistet. Ist aber eigentlich ein eigener Charakter, kann man eher sagen. Und sie ist super weird. Wie die großen Fee, glaube ich, in Zelda immer sind. Die haben eine Tradition, super weird zu sein. Die große Fee der Quelle. Und jetzt haben wir hier auf der Karte nur noch eine Waffe freizuschalten. Dann haben wir das Wichtigste. Es gäbe noch genug anderes freizuschalten. Aber die Fee habe ich auch alle. Die wollte ich auch. Ah ne, eine Fee gibt es da oben noch, sehe ich gerade. Aber ne, so wichtig sind wir die jetzt auch wieder nicht. Jetzt holen wir uns mal die Waffe hier. Da lang geht's. Oder? Genau. So müsste ich hinkommen. Ist der kürzeste Weg, oder? Ja. Okay. C-Rang ist notwendig. Für A-Rang kriegen wir ein Herz für Ganondorf. Ein Herz für Ganondorf. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Mal schauen, ob wir die noch ein bisschen upgraden können. Ja. Können wir. Ne, warte. Nehmen wir lieber hier. Gegner können weniger blocken. Die Gegner blocken mir immer viel zu viel für meinen Geschmack. Der hat Level 34. Muss reichen. Ah ja, genau. Ich habe für den schon das Widwaker Outfit. Das nehmen wir jetzt mal. Breitsack oder Breitschwert? Nehmen wir ruhig mal den Breitsack. Ich glaube, das Breitschwert haben wir auch schon mal im letzten Stream gesehen, oder? So. Natürlich kriegt Ganondorf auch eine Fee. Logisch. Ich glaube, Ganondorf hatte noch nie irgendwas mit Feen am Hut. Noch nie in keinem Teil. In wie vielen Teilen kommt Ganondorf schon wirklich in seiner menschlichen Gestalt vor? Drei oder so. Der Dreizeit ist ziemlich schnell. Ich glaube, ich glaube, Ganondorf ist quasi mit seinem Schwert, mit seinem Breitschwert eher so der super langsame Reinhau-Charakter. Aber mit seinem Breitsack ist er Turbo. Finde ich ganz cool. Super Ganonspeed. Da ist Grimahim schon wieder. Den treffen wir jetzt irgendwie in jeder Mission. Ob nun als Vergründeten oder Feind. Aber irgendwie ist der immer mit dabei. Ja, man hat immer wieder kaputt. So ist das eben. Ach, ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich gehe jetzt wirklich davon aus. Sage ich mal ganz vorsichtig, weil mittlerweile glaube ich gar nichts mehr. Aber ich halte es für durchaus möglich. Das ist gut. So formuliert ist es besser. Ich halte es für durchaus möglich, dass jetzt nächste Woche tatsächlich die große Nintendo Direct für 2020 ansteht. Ähm, das wäre nämlich schon mal echt interessant, was jetzt eigentlich 2020 für die Switch noch so geplant ist. Darauf warte ich jetzt schon seit Monaten. Und da wäre ich echt gespannt. Ich hoffe auf einige coole Neuankündigungen. Ich befürchte, dass wir hauptsächlich aufgewärmten Wii U-Kram kriegen. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber für mich, der schon eine Wii U hatte, mit allen fünf interessanten Spielen, die es mir das Ding gab, ähm, hätte halt lieber gern neue Sachen. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht sind ein paar interessante Sachen dabei. Ich hoffe es. Kommt vielleicht das neue Zelda? Das Breath of the Wild Sequel sogar schon dieses Jahr. Sehen wir davon was? Oder wie sieht es mit Metroid Prime 3 aus? Äh. Äh. Vier. Und. Ne, warte mal. Ist es drei oder vier? Es ist drei. Es ist vier. Es ist vier. Genau. Ich bin verwirrt. Ähm. Oder vielleicht ganz was anderes. Vielleicht was mit dem keiner rechnet. Vielleicht was ganz Neues fürs Weihnachtsgeschäft. Weil ich meine, wenn Zelda und Breath of the Wild 2 noch nicht fertig sind, und das ist durchaus möglich, dann muss fürs Weihnachtsgeschäft irgendwas anderes kommen. Irgendwas Neues. Irgendwas, von dem man bis jetzt noch nichts gehört hat. Weil andere große Titel, außer die beiden sind, quasi nicht vorgesehen bis jetzt. Breath of the Wild 2 will ich mit einer Special Edition Konsole, schreibt der Cluedo. Könnte ich mir gut vorstellen, oder? Wenn die für Animal Crossing eine exklusive Switch rausbringen, dann doch bestimmt auch für das neue Zelda. Die Glucke! Die Glucke ist ganz schön mächtig. Vielleicht mal ein Kamehameha-Gannon-Style. Die Glucke ist echt ziemlich krass. Meine Güte! Ich hab nie verstanden, warum Link sich die Mühe macht. Er könnte gerne ins Schloss einfach mit Hühner vollstopfen. Und mit seinem Temperament wird er wahrscheinlich eins treten oder irgendwie sowas. Und dann ist er quasi schon des Todes. Außer er wechselt schnell den Raum und geht noch eine Tür. Das ist das Einzige, was einem vor dem Zorn der Hühner retten kann. Türen oder Ladebildschirme. Aber ansonsten ist er fällig. Was für epische Musik! Mir ist übrigens, glaube ich, erst nach ungefähr 100 Stunden High-Wool-Bow ist aufgefallen, dass das die Standard-Map ist. Die Standard-Schloss-Map vom Aufbau her. Alles eigentlich. Alles ist genau gleich. Nur dass sie in Rot getüncht ist und alles ist ein bisschen kaputter und riesige Schwerter stecken im Boden. Aber ich dachte immer, dass wäre eine eigenständige Map, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist das gleiche Map nochmal in Rot. Einfach nur recycelt. Quasi im Story-Modus die erste und die letzte Map. Einmal in grün und einmal in rot. Und die Ladebildschirme hat ja nur Link. Ja eben, das ist die Frage. Ob auch Gennendorf, wenn er vor Hühnern flüchtet, Ladebildschirme hat oder nicht. Wer weiß, wie das funktioniert. Was muss ich eigentlich machen? Ich muss da vorne irgendwen kaputt hauen. Okay, los geht's. Hauen wir irgendwen kaputt. Äh, damals als die Switch rauskam, wollte ich ja eine Special Edition. Da hab ich dann einfach meine Joy-Cons umgebaut. Ja, warum nicht? Macht man sich seine eigene Special Edition. Ich mein, technisch gesehen wird ja quasi, wenn man es genau nimmt, Breath of the Wild 2 das erste richtige Switch-Zelda. Bei Wind Waker war ja das Wii U-Zelda. Das zählt ja im Grunde gar nicht. Insofern könnten die für das erste richtige Switch-Zelda schon auch eine erste richtige Zelda-Switch rausbringen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich hätte wirklich gern, ich mein, ich weiß nicht, ob ich mir die wirklich kaufen würde, weil die kostet bestimmt viel Geld und... Naja, aber grundsätzlich hätte ich persönlich wirklich gerne eine Switch Pro. Eine größere Switch mit anderen Joy-Cons. Ich hätte gern solche Joy-Cons, wie ein richtiger Controller mit Griffen und so. Liegt einfach besser in der Hand. Mir sind die Knöpfe auch, die Joy-Con-Knöpfe zu nah beieinander irgendwie. Es geht schon, aber es ist nicht ideal. Mir ist der Pro-Controller lieber und ich hätte gern quasi Pro-Controller Joy-Cons. Das wäre gut. Auf einer Switch mit einem größeren Display ein bisschen vielleicht und... Das finde ich super. So lange lebe ich wie beim New 3DS anfange, irgendwie mehr Prozessorleistung rauszubauen. Und dann kommen Spiele, die wieder nur exklusiv auf der neuen Switch laufen oder so. Das fände ich dann wieder doof. Aber ich mein, das hat ja schon beim 3DS nicht funktioniert. Es gab ein einziges Spiel, glaube ich, das nur für die New 3DS war. Ich glaub, die Strategie ist da nicht ganz aufgegangen und nee. Machen die, glaub ich, nicht noch mal. Aber wisst ihr, was ich mir jetzt mal gedacht habe? Theoretisch würde doch auch das Geschäftsmodell Sinn machen, oder? Dass Nintendo jetzt mit der Switch auf so ein Apple-Modell umsteigt. Und die einfach jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine leicht verbesserte Version von der Switch bringen. Weil die eben so erfolgreich ist, hab ich mir das gedacht. Da könnte man doch jetzt aufbauen. Und im Grunde laufen quasi alle Spiele immer auch auf den älteren Modellen der Switch. Bis die irgendwann nach 5, 6, 8 Jahren oder sowas einfach zu alt ist. Und dann heißt es, okay, jetzt werden manche Spiele nicht mehr auf der 8 Jahre alten Switch laufen. Aber bis dahin kann man sich theoretisch schon gebrauchte Switchs von 2 oder 4 Jahre später irgendwie holen. Also wisst ihr, wie ich meine? Mini-Updates. Keine neue Konsole, keine Switch 2, sondern einfach nur immer wieder so leicht verbesserte Versionen. Aber bis die Uhr-Switch veraltet ist, dauert es trotzdem ewig. Dauert es trotzdem eine ganze Konsolengeneration. Das fände ich ein Modell, das vielleicht gar nicht so uncool wäre. Schon alleine, weil man dann seine immer größer werdenden Spielbibliotheken quasi für immer behalten würde. Ich fände das gar nicht so schlecht. Ich wäre dabei. Ich würde sagen, okay. Und theoretisch, weil Nintendo ist ja auch gerne so ein Hardware-Innovator und so weiter. Aber theoretisch hat ja die Switch noch total viel ungenutztes Potential, finde ich. Weil dadurch, dass die Controller quasi modular sind, könnten die ja alles als Aufsatz für die Switch rausbringen, was man links und rechts ran klebt. Ich weiß gar nicht, warum die das nicht von Haus aus gemacht haben, ehrlich gesagt. Warum es nicht alle möglichen weirden Controller-Teile gibt, die man links und rechts an seine Switch steckt, wodurch die dann komplett andere Funktions- und Benutzungsmöglichkeiten kriegt. Wie so eine Angelroute mit Kurbel oder was weiß denn ich, was man alles daran kleben könnte links und rechts an die Switch. Auch da könnte man ja quasi eigentlich voll viel neue Hardware-Innovationen bringen, ohne wirklich ein neues System auf den Markt zu bringen. Aber es sind nur so meine Ideen. Ich weiß ja nicht, ob sich das tatsächlich finanziell rechnet, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ich habe mir nur gedacht, wenn die jetzt schon mal wieder eine Konsole haben, die wirklich so gut läuft... Na, was heißt mal wieder? Ich meine, die Wii ist jetzt nicht so lange her, aber gut. Könnte man doch dabei bleiben. Anstatt dann wieder mit einer neuen Generation zu riskieren, dass das dann wieder total floppt. Man weiß es ja nicht. Muss ich irgendwo helfen? Ist irgendwas? Ich glaube, ich helfe hier mal. Also ich wäre dem Konzept auf jeden Fall nicht abgeneigt. Aber für den Anfang würden mir Pro-Joy-Cons und ein größerer Bildschirm reichen. Ich bin schon wieder hinten nach. Ich bin schon wieder hinten nach. Pro-Controller-Joy-Cons gibt es ja quasi nur halt ohne Kabellos. Hä? Wirklich? Wie jetzt? Die kenne ich, glaube ich, nicht. Wobei, doch von irgendeinem Dritthersteller gibt es, glaube ich, sowas, oder? Aber nicht offiziell von Nintendo. Müsste ich mal schauen, ob da die Qualität stimmt. Aber grundsätzlich stimmt. Habe ich auch mal irgendwo was gesehen. Äh, ich würde wetten, dass die Switch Pro nur für an den TV ist. Da die Switch Lite ja only portable ist. Ha. Hm. Das wäre komisch, Katka. Ich kann... Der Gedanke macht schon Sinn. Aber das wäre seltsam, finde ich. Dann fände ich es nämlich doof. Ich weiß nicht, warum ich mir extra eine Switch nur für den Fernseher kaufen sollte. Irgendwie. Ja, nee. Switch Pro hat Nintendo schon gesagt, wird es nicht geben. Nee, die haben doch nur gesagt, dass es die... Dass sie für 2020 keine geplant haben. Ich glaube, sonst haben die nichts gesagt. Das habe ich so verstanden, wie... 2021 kommen sie aber. Aber eine Art Switch Home würde ich mögen. Bekludo. Falsch. Sie sagten, dass sie dieses Jahr keine gibt. Genau, genau. Solange der Prozessor mal mit voller Power läuft, kann der ordentlich kühlen. Beziehungsweise, dass dieses Jahr keine geplant ist. Genau. Man hat ja einen Nintendo-Account. Und man kann sich die Spiele auch im Internet statt auf dem Shop der Konsole kaufen. Ja, aber im Grunde habe ich nichts davon, wenn dann die neue Hardware kommt. Und dann sitze ich auf meinen 100 Millionen gekauften Switch-Spielen. Und die sind quasi... Also ich meine natürlich nicht wirklich, aber irgendwie... Doch dann schlagartig veraltet mit dem Release der neuen Generation. Außer die neue Konsole hat so eine Art digitalen Switch-Emulator. Dass man seine im Online-Shop gekauften Spiele... So was könnte man theoretisch machen, oder? Aber will man das überhaupt machen? Weil es hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, dass... Re-Releases und Definitive Editions und so weiter super gehen. Da kann man super viel Geld verdienen. Vielleicht hätte man eh gern, dass sich die Leute alle acht Jahre dieselben Spiele nochmal kaufen. Wer weiß. Dass es nicht wichtiger ist. Aha, Bayonetta habe ich mir auch zum Nachholen günstig besorgt. Kann man das noch spielen, oder ist es so schlecht gealtert, wie ich befürchte? Ich weiß es nicht. Ich habe Bayonetta auch nie gespielt. Ich warte auch immer drauf, bis Bayonetta mal super günstig wird. Bayonetta 3 steht ja auch noch an, stimmt. Aber da bin ich auch nicht so der... Ja, die Zielgruppe dafür. Spielt sich wie Devil May Cry, schreibt Metatron. Genau, so sieht es auch aus. Ich habe nur mal eine Demo gespielt und wie gesagt, das ist nicht mein Gameplay einfach. Ja, würde es auch nicht verstehen, aber kenne einige Leute, die gerne eine hätten für OnlyTV. Na gut, okay. Ich meine, warum nicht? Ich... Nee, wüsste nicht warum. Weil... Nee. Keine Ahnung. Aber gut. Warum nicht? Ich meine, man kann seine Switch doch einfach in der Dockingstation lassen. Dann hat man eine Only4TV quasi. Äh... Äh... Ja. Und Chess statt Metal. Ich habe mal eine GameStar Review gelesen. Naja, stürzt mich demnächst mal drauf. Achso, der Soundtrack vom Bayonetta. Ja, genau. Stimmt. So. Wo waren wir stehen geblieben? Habe ich schon irgendwo eine 4 oder zufällig? Dann erobere ich mal das da oben. Unser Hauptquartier ist... Glaube ich in Sicherheit. Da sind nur ein paar Minions drin. Das geht gut. Das geht klar. Wir brauchen Arang. Wir haben fast 2000 Kills. Ich glaube, wir könnten jetzt hier die Mission abschließen. Würste schon passen, hoffentlich. Dann versuchen wir es mal. Der hat sich mit den Hülern verbündet. Verdammt. Oh, die ist zäh. Ich sehe schon. Da müssen wir ein bisschen drauf einhauen auf die. Aber das kriegen wir schon hin. Okay, vielleicht sollten wir sie mal attackieren lassen, damit ich kontern kann. Aber die macht irgendwie nix. Jetzt macht das mal was. Ah, die geht noch die Nerven. Machen wir lieber einfach offensiv weiter. Ich glaube, das ist die bessere Taktik hier. Ah, jetzt macht sie was. Sehr gut. Ähm... Mist, zu langsam. Naja, egal. Da mache ich doch lieber wieder in der Offensive weiter. Das dauert mir viel zu lange hier. Jetzt kommt schon nur noch ein bisschen. Oh nein. Und noch ein bisschen. Ich glaube, wir kommen noch an den Kopf, der hier gemacht hat. Ich finde, mit der Generation haben Videospiele eine Optik gefunden, die für mich absolut ausreichend ist. Und Playstation 4 und Xbox One ist die jetzt noch gepolischter, noch schöner, passt. Hätt's für mich gar nicht gebraucht, aber okay. Aber ich war sowieso nie der Grafiker. Mensch, mir ist es so wurscht, wie Spieler aussehen, ehrlich gesagt. Es gibt manchmal Stile, die ich hässlich finde, aber Grafik ist mir in der Regel eher zieler. Und dann bin ich im Flow und im Gameplay und dann nehme ich irgendwie eh nicht mehr bewusst wahr, was ich sehe. Und dann kann das Spiel von mir aus wie Kraut und Rüben aussehen. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, erst... Ja genau, nur in so ruhigen Momenten manchmal, dann sieht man wieder irgendwo eine Aussicht und denkt sich, oh, das sieht schon toll aus. Aber in über 90% der Zeit bin ich halt im Gameplay und dann interessiert mich eigentlich wirklich nicht, wie das Spiel aussieht. Aber ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich einfach auch... Oh, oh, mitten auf Level 18. Das könnte jetzt problematisch werden. Ich versuch's einfach mal. Dass ich einfach auch durch und durch Gameplay-Mensch bin. Story kommt bei mir erst mit viel Abstand nach Gameplay an zweiter Stelle. Und dann kommt irgendwann mal Grafik. Gameplay ist alles für mich im Grunde. Ich glaube, vor Grafik kommt Design noch. Das sollte man trennen, finde ich. Okay. Wo sind wir? Zum Wiederzweiggegner. Naja. Wir sehen wir die Feldmarschäle. Marschäle. Die Feldmarschäle. Das könnte auch irgendwie so eine Blume oder irgendein Kraut sein. Oder ein Vogel. Hier sehen wir die Feldmarschäle. Freier Wildbahn. So, Midners wahre Gestalt ist schon auch irgendwie ziemlich cool, finde ich. Ich muss wahrscheinlich wieder unsere Basis verteidigen. Wie blöd. Wetten? Ja, ja. Ich seh schon. Da sind schon wieder... Da ist schon wieder Action in unserer Hauptbasis. Das wird wieder eine von diesen Missionen. Ich hoffe, dass die... Energieleistengegner für unsere Level 18-Mittner nicht zu unsterblich sind. Weil sonst könnte das hier sehr frustrierend werden. Aber vielleicht levelt sie auch hoch ohne Ende. Mit ein bisschen Glück kriegen wir einige Level-Ups. Schauen wir mal. Ah ja, da ist schon das erste Level-Up. Lass uns nämlich auch immer wieder einen neuen Special-Angriff beschert. Aber nein, deswegen sind die echt nützlich. Und heilen tun sie auch natürlich. Es geht. Es geht. Wir werden mit denen fertig. Wenn das alles ist, was uns die Mission hier zu bieten hat. An Gegnern, an Schwierigkeitsgrad. Dann schaffen wir das, glaube ich. Das könnte ähnlich brenzlig werden wie mit Zelda in der vorherigen Mission. Aber es ist möglich. Das geht schon. So. Lass mich mal nochmal in den Chat schauen. Es hat länger gedauert. Aber da bin ich wieder. Es gab Lasagne. Bei Lasagne kann man sich schon mal Zeit lassen. Ha, ich kriege auch Hunger. Ich glaube, ich muss vielleicht doch noch was essen. Bei Skyrim Remastered denke ich oft tolle Landschaft. Will ich zur Zeit wieder öfter. Ach, Skyrim. Aber wenn man zum Beispiel jemand Devil May Cry 5 gespielt hat, könnte man von Bayonetta etwas enttäuscht sein. Ja, ich meine, es gibt Menschen, für die ist Grafik wichtig. Und dann könnte das durchaus sein. Das stimmt schon. Das ist... Das kann ich teilweise echt total schwer einschätzen, ob ein Spiel eine gute Grafik hat oder nicht. Weil ich das Teil... Ich... Ich... Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann das nicht so gut beurteilen oder nicht so gut wahrnehmen oder so. Keine Ahnung. Aber... Oft erzählen mir Leute irgendwas von schwammigen Texturen oder so. Und ich denke mir... Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. Ich weiß... Ich habe das Spiel 120 Stunden gespielt und mir ist keine Textur aufgefallen. Es ist manchmal einfach ein bisschen... Aber so ist das halt. Man ist halt unterschiedlich. Man ist unterschiedlich? Genau. Der echte Tobi macht wieder eine fette Abo-Verschenk-Aktion. Dankeschön. Der echte Tobi. Echter Tobi, nicht der echte. Oder einfach nur Tobi. Dankeschön für die vielen verschenkten Abos. An die Gang.